ja guten tag freunde oder auch ich bin zdi haendol heute hier mit mucker dmc nicht das geht dem müssen wir noch mal neu anfangen also so ein haubenmeister die jagd ist eröffnet sucht ihn findet ihn spielen wir jetzt die junge spieler oder was ich glaube der ist nicht mal gespawnt das war alle im zdi haus fahren hier hinten steht ein bus kommt mal zu mir wo ist der zdi haus genau was bus fahren ja hier hinten komm zu mir wo bist du ich mach den fahrer ich mach den fahrer bitte nicht mit dem fahrer sprechen die coolen sitzen immer hinten ja dann lass mich doch rein mucker du musst bei uns spawn was muss ich spawn was muss ich spawn wir spawnen bei uns wir fahren bus hier achso ja ich kann nicht bei euch spawn da musst du herkommen komm hierher ja mach ich doch du läufst falsch du arsch ich will fahren ich will fahren ich will fahren ich will fahren oder wer fährt der kann doch nicht die Tür kaputt machen was soll das denn der muss noch hinten rein die coolen sitzen hinten die coolen sitzen hinten ja dann lass mal vorne ey hier kann man durchschießen lass mal hier drinnen bleiben wo kann man durchschießen hier durchs Fenster ja normal so ein Fenster normal was ist denn hier hey wurde gestärbt glaube ich wo raus warte kommt aua und mal gucken ob wir so ob wir wieder so ein Turm gebaut kriegen damals wie bei äh close quarters ach dieses Foto was wir mal ein Foto gemacht haben mhm dann müssen wir aber irgendwie am besten irgendwie irgendwo auf eine Erhöhung oder so komm zurück komm sofort wieder her oh ja ihr müsst euch hier hinstellen hier ran und dann lady knie dich hin oh ja genau lady knie dich hin gerne ich weiß ja wie man da am besten hier drauf kommt oh ja darf noch nicht kommt schon da geht ihr mir nicht ne na na da müsst ihr was drauf haben wenn ihr mich hier ne steigen kann ich auch nicht sagen was wir gewinnen aber wir gewinnen jungs ich steh drauf das ist ein von DICE gehoste das ist ein von DICE gehoste der Server das ist ein von DICE gehoste der Server das ist ein von DICE gehoste der Server und hier sporgt keine Mumu da ist er da ist er ich muss weg ich bin tot oh oh my god ja ich hatte die falsche Klasse geht nicht Teamhilfe ja top ich hatte die falsche Klasse Bisio belebt mich wieder ne das war ich ne das war ich ne das war ich ne das war ich nix bei hier hab ich ne KD alter 1 zu 0 hier hier Servereinstellung toll hier gehts ja da drüben sitzt der scheiß Sniperpuss erst da hat er sich verraten wo denn na da hinten ich seh den nicht ich seh den nicht ich seh den nicht ok oh der hat mich ha 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 ich bringe Medizin ich brauch keine Medizin ich brauch keine Medizin warum nicht ich brauch ein Bärchenpflaster danke na komm her bitte muss ich auf Baufi er ist hier hier ist er irgendwo Jungen na bei dir Muka links von dir auf der Brücke war aber ich bin im Zwischengang es ist mehrere und jetzt kommt sie Zwei zwei Gegner wow ui soll ich dich holen ja jetzt ist zu spät Zwei bitte hol Doli hol Doli soll ich dich holen auch nicht jetzt ist zu spät äh äh hehehe da hinten ist braun an die verkehrte Seite manne ja ich merke schon ja ich merke schon ja ich merke schon das ist nicht schlecht fessert sich sie denn steigt lady wollen wir bei den Container gehen lady warte hier ist es einfach ach bus fahren willst du nicht aber mit Lady in Container ja ja gehen wir in Container hinten vor dem Bus da bei dem da hinten links hinten Container hier ist ein Container ne hier ist kein Container nein hier ist kein Container hier vorne ihr Ochsen ich hab den doch schon im Spawn oder was das ging ja im Spawn alter oh mein alter weißt du wo du hier mal sporn kannst wo sind die hier ich habe ihn ich habe ihn ich habe ihn deine soll wieder ein sniper noch ganz ein sniper alter lecky lecky ich habe ihn angeschlossen schon auch noch oh ja lecky viel ihr war ich doch schon mal aber in 88 achtzig meter headshot und ich dachte es wäre so typisch ne ich geh vor allem nicht weil diesen wollen Scanner extra außenrum ne damit hat nicht piept ne wer rennt neben mir da durch der Mann, der macht so heimlich wie möglich sneaky ganz der Mann, der ist so einfach boah jetzt jetzt es füllt sich es füllt sich der will Leute rankommen lassen kommen wir gleich um den Sack ja das glaube ich auch ne die hast du ihn nö fuck zu ihm nein habe ihn nein Hilfe zählt als Kill hier deine Munition hol sie dir oh da sind mehr Gegner ja video darüber hat er grad geredet achso ey alter ne alter ne alter ne meint er ist meins erst unsterblich oh guck mal was ich finde hier bin schon wieder ein japaner wieder da geht ja nichts an wenn nix da ist was soll ich denn machen geht ab 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 da kann ich mit battlefield nicht mehr spielen jungen ja genau dann machs doch aus mach ich auch passt nicht drauf mach ich auch ach ach fuck oh ja tatsächlich dankeschön bitteschön hinter uns kontos oder wie oder hab ihn ja so ne murschi so ne murschi pass auf meine da hinten ist noch eine oh scheiße ist die wache so überpowered oder wat man was steht ihr denn vor mir was fällt ihm ein hinter mir was unter uns oder so unter uns jetzt neben mir jetzt läuft er weg er kommt er kommt er kommt er kommt hat meint von anderen damit nochmal er hat mich noch mal das war sch das ist doch nicht sehr mann ich will besser nicht du Vogel auf der kommt er hab ihn hier sind deine kugeln mann oh maaaann weh halt's maul mann why's so serious mann Warum muss ich immer mit den Lügern zusammenspielen? Und gemessert, oh yeah! Und gemessert! Scheiße, also wie ein altischer Server ey! Oh ne, piss Japaner, Alter, so alles direkt hier, oder was? Level 130, Alter, da geht ein Leben, oder was? Oder bezahlt dafür, um nicht zu spielen, oder was? Oh, ich hasse das Spiel, Mann! Das gibt's doch nicht, Alter, das kann ich... Da schießt er natürlich die Cremor kaputt, klar! Alter, wo bleibe ich denn hier hängen, oder was? Da ist eine Zentimeter hohe Absatz, und Handlos schaffe ich nicht, darüber zu springen. Das ist ein Vogelklopf. Ja... Hbhgin... Also irgendwas haut hier mit dem Server nicht hin. Ja, ach Mucka, weil wir schon wieder in Peking spielen. Ehrlich, hätten die Oster-Inseln-Server, dann würde Mucka darauf wechseln, oder was? Echt, der steht vor mir, ich schieße ihn in seine fette Rübe rin, nix. Nix, gar nix. Nix, gar nix. Ich möchte, dass du hier nach dem Server wechselst, aber... sonst bin ich raus nicht. Mann, ich muss mal deine Waffe klauen, ich hab noch ne Streich geschaffen. Wie dein Reuelkampf. Wie dein Reuelkampf. Wie dein Reuelkampf. Wie dein Reuelkampf. Wie dein Reuelkampf ist hier. Nix. Ich könnte reueln. Ah, da ist ein Übel. Da hinten sind's alle. Merkt das ja auch hier. Ey, echt, ne? Drehen wir um, kommt der Spaß mit seiner Dreck-Sniper. Zum Glück ist jetzt in China bloß noch erlaubt, dass jede Familie bloß noch ein Kind haben darf. Sonst müsste ich strafen sein. Wenn wir sogar zwei haben. Aha, Biese, du versaust mir aber wieder den Tag. Kann nicht wahr sein, Alter. Versteh ich nicht. Alter, wie sieht der mit? Ach komm, ey. Oh, kein Wunder, dass die da besser sind da mit ihren kleinen Pfoten, Alter, ey. Komm da besser an die Knöpfe ran. Ja, die norddeutschen Pranken können da nix ausbrechen. Auf den Hüter rücken. Nee, ich wollte grad sagen, diese. Ich glaub, die haben das gepatcht, ne? Der Vollarschsoldat hier, der jetzt schon 80 Jahre ausgebildet wurde in Afghanistan, ist zu behindert jetzt, über kleine Absätze zu laufen. Das Leben. Man muss jetzt springen. Ich spring auch mal die Treppen hoch. Mensch, Alter. Die haben doch alle gesoffen. Ich komm da nicht rüber, oder was? Ich komm da nicht von der Seite ab. Ich komm da nicht rüber, oder was? Ich komm da nicht von der Seite ab. Achso, der hat sich. Achso, der hat sich. Achso, ja, äh, äh, äh. Ups. Komm nicht gucken, hier ist was ganz Schlimmes passiert. Ja. Mann, was steht hier denn? Der ist überall, Alter. Der war eben noch auf der ganz anderen Karte. Alter, wo denn? Alter, der holt ja alles weg, da. Der hat noch das Spiel nach so einem kleinen 15-jährigen Gurren gepatcht, oder was? Ja, da war einer im Vorstand. Ich find die Waffe überpowered. Mach mal was Neues. Ach, fick dich doch, Alter. Ey, weißt du, er schluckt... An seinen Clan-Tags siehst du doch schon, dass irgendwas foul ist, oder was? 15 Schuss und er gibt mir einen. Nicht mal einen Headshot mit einer MP-Rex. Ich, ich, ich weiß nicht. Ah. Alter, wo warst du denn? Alter, woher weiß er, dass ich da füge. Wo hin, wo hin. Gisio! Ach, das ist so schlimm. Da, eine Vogel, Alter, der ist... Guck dir doch mal an, hier, sein Account hier. Wie heißt der? Gesso, oder was? Das ist doch irgendwas... 11 zu 0. Ne, allein diesen Clan-Tag, wie hat er das gemacht? Das geht doch ja nicht. Kannst du so ne Buchstaben, Sonderzeichen nicht nehmen. Ah. Ne, geht alles. Was? Wo, wo, woher denn? Wirklich? Der hat mich schon gesehen. Der hat mich schon gesehen. Da war ich noch gar nicht... Das sind doch keine Sonderzeichen. Das ist ein großes I und ein L. Ein großes I und ein L. Ich weiß, was du kriegst für die Serverwahl. Ein großes B, ein großes U und ein großes H. Ich kann dich nicht wiederbegeben. Was geht, Alter? Wirklich? 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 Da ist der Nerv. Der blieb hier ein wieder. Alter. Durch die Wand oder was? Tod. Alter, ich weiß nicht. Das ist mir alles hier zu suspekt. Meier ist da! Meier will auf Mütze. Feuerschutz, Alter. Und der andere tötet mich wieder binnen Sekunden. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war die letzte Runde Battlefield von meiner Seite. Muka. 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 Na klar. Naja, ich bin ja immer der Schuldige. Ihr Schwom. So, liebe YouTube-Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach einen Daumen nach unten da. Ne? Ich mag's auf jeden Fall. Bis bald zur nächsten Folge. Tschüss. Mach's dir noch mal gescheit, wenn man nicht mehr ein. Tschö mit Ö. Ja, ich bin ja immer der Löhtf tutti. Bye. Tschö mit Ö. – S Vielen Dank.